7 Leben habe ich. Woran liegt es? Wahrscheinlich an 25 mal Holz. Jo, 25 mal Holz liegt es. So. Okay. Das Ding macht mir 50 Verlust und bringt mir ehrlich gesagt gar nicht. 117 Bauern. Bloß 18 Arbeitskräfte. Moment, stehe ich krasse da. Okay. Wirklich. Im Moment stehe ich sowas von klasse da. So. Ich muss mal auf dem Mittelmaß bleiben hier. Ich werde noch einmal Arbeiterkräfte holen. Aufgabe abbrechen. Sorry, aber... Was führt sie zu uns? Ein volles Lager. Ähm, 10 Holz. 5 habe ich. Musste warten. Ähm. Gut, plus 69. Jetzt gucke ich mal. Einen wollte ich noch aufbauen. Und dann stehe ich erstmal ganz gut da. Ich wollte ja alles auf Arbeiterkräfte machen. Aber Bioner sagte mir, man braucht Bauern und Arbeiter. So, im gleichen Maße quasi. So. Ähm. Daher musste ich da ein bisschen umzwitschen. Ein Brot. Mach ich jetzt mal hier hin. Aber wichtig ist, dass ich das hier erstmal hinbaue. Und dann kann ich das hier hin machen. So. So. Okay. Die Bäckerei, die kann ich dann quasi hier hinschmeißen. Und die Mühle haue ich daneben. Das sind wieder Unterhaltskosten, die mir natürlich dann hier im Wege kommen. Ähm. Habe ich schon eine. Ja, habe ich schon gemacht. Ich muss erstmal das hier machen. So, minus vier. Ähm. Das bedeutet, ich brauche definitiv noch ein paar Bauern. Ähm. Ich werde noch ein paar Bauern hier hinbauen. Äh. Ich werde noch ein paar Bauern hier hinbauen. Genau. Äh. Bauern. Bauern. Dankeschön. uns fehlen Waren. Na, das weiß ich. Hier fehlt ja noch einiges. Nicht nur die Waren. Auch mein Verstand. Ähm. Der braucht natürlich wahrscheinlich zehn. Vier. Fünf Lehm. Ich muss auf Lehm warten. So. Dann geht es wahrscheinlich auch hier schneller. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Dann müssen nämlich die auch schneller machen. Okay. Lehmpferd. So. Bauern braucht das Land. Genau. Hier brauche ich vier. Äh. Vier Holz. Und. Fünf. Lehm. Vier Holz habe ich. Fünf Lehm fehlen noch. Drei Lehm habe ich bisher. Im Moment bin ich bei minus eins. Null. Ist okay. So. Dann nimmt sich das ungefähr im gleichen Maße hier. Ähm. Fünf Lehm. Drei. Gut. Und ich muss wieder ein bisschen warten. Aber es leuchtet nicht blöde hier auf. Und ich kann erst mal eigentlich so weiter. Leben. Nehmen. Ähm. 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 Ja. Das ist doch mal. Endlich mal nach langen Anläufen. Ja. Ja. Der richtige Start. Das ist ja wirklich mal für mich auch was Neues. Ja. Nicht nur das Spiel wie gesagt. Wie ich tausendmal erwähnt habe. Weil ich unter Alzheimer leite. Ähm. Ja. Jetzt macht der Alzheimer mit. Ähm. Auch mal für mich hier was Neues. Allgemein im Spiel. Jetzt könnte ich das Haus hier bauen. So. Ähm. Dann habe ich jetzt auch. Was habe ich denn nicht gebaut? Die Brotmeisterei. Jetzt könnte ich jetzt mal hier runter gehen. Jetzt ist auch das Brot. Die Seife fehlt noch. Seife ist noch. Ähm. Nicht freigeschaltet. Und das Bierglas auch noch nicht. Ähm. So. Jetzt habe ich doch die Arbeit in der Mitte maß. Bloß nicht so viel immer. Ich werde auch trotzdem noch ein paar hinsetzen. Schaut mal. Die Bevölkerung wird. Steigt. Nah und nah. Das heißt. Ich muss wieder hin bauen. So. Ich werde jetzt noch einmal aufstocken. Damit sich das wieder im gleichen Umfeld wieder bewegt. Bewegt. Genau. Wo sind die Bauern? Okay. Ähm. Bloß 16. Und es kommt immer mehr dazu. Einfluss. 125. Ich stehe wirklich klasse. Da. Ausnahmsweise stehe ich mal klasse da. Und das mal zu einer hässlichen. Warte mal. Fratze. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Okay. Passiert nicht. So. Ähm. Ja. Wann wird denn das nächste freigeschaltet? Industrie Ornamente. Oh na. Oh na. Na ja. Wollen. Nee. Ich warte ab. Erstmal muss hier. Mehr passieren. Sonst hat der immer hier unten rum gemeckert. Aber auch da läuft es. Ja. Ich mach dir mal ein bisschen sauer. Ist mir aber Schnuppe. Die sollen mehr arbeiten. Gut. Jetzt kriege ich auf jeden Fall wieder Kohle rein. So. Wenn ich zu lieb zu den Leuten bin. Dann passiert einfach nichts. Um ehrlich zu sein. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Okay. Handelskammer Verwaltung. Das sieht ganz gut aus. Ich bleib. Ich warte noch ab. Ich warte noch ab. Ich schau mir jetzt mal nochmal an. Ja. War. Ich bin glaube ich war.